Als Kind fand ich Kirmes ziemlich toll. Da waren viele aufregende Leute, es hat aus allen Ecken und Enden geblinkt und geleuchtet und natürlich gab es ganz viele coole Fahrgeschäfte. Und manchen war das ja zu aufregend und zu schnell, aber ich fand das richtig cool, dass man da so durch die Luft geschleudert wurde, dass es immer schneller ging, dass man rumgedreht wurde und dass man da so einen Nervenkitzel gespürt hat. Und natürlich fand ich es als Kind auch cool, zu den mutigen Zonen gehören, denen das nichts ausmacht. Aber mir hat es auch wirklich Spaß gemacht. Das war als Kind. Ein paar Jahre später habe ich als Teenie mich nochmal auf sowas drauf gewagt und da war meine Erfahrung ein bisschen anders. Da war ich auch voller Vorfreude, habe gedacht, das wird richtig cool, habe mich drauf gesetzt und nach ein paar Sekunden habe ich gemerkt, irgendwas ist anders. Mein Magen machte nicht mehr so richtig mit. Ich musste langsam die Augen zumachen, weil es irgendwie mulmig wurde. Ich wurde richtig nervös, richtig unwohl und als es vorbei war, war ich einfach nur erleichtert und froh, da wieder rausgehen zu können. Ich weiß nicht, wie es heute wäre. Ich habe seitdem nicht nochmal oft probiert, auf so eine Achterbahn zu gehen. Aber in diesem Erlebnis habe ich innerhalb von Minuten und Sekunden einen Höhen- und Tiefflug an Emotionen durchgemacht. Da war Vorfreude drin, da war Aufregung drin, da war Nervosität drin, Unwohlsein und am Ende pure Erleichterung. Und ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, in der jemand auch innerhalb von kürzester Zeit Hoch- und Tieffasen von Gefühlen durchmacht. Und nicht auf einem Fahrgeschäft, nicht auf einer Achterbahn, sondern in einer Begegnung mit Jesus. Und die Person, um die es heute geht, ist Simon, der später auch Petrus genannt wird. Und er begegnet ihm Jesus und macht dabei diese Sache durch. Und die Geschichte steht in Lukas 5, die Verse 1 bis 11 und die lese ich uns jetzt. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinaus zu fahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber, weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot. Sie sollten kommen und mit anpacken. Und zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. In dieser Geschichte mit Simon und Jesus passiert so einiges. Und ich möchte mir heute mit euch die verschiedenen Phasen anschauen, die Simon in dieser Begegnung durchmacht. Weil das Phasen sind, die auch wir heute durchmachen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind in unserem Glaubensleben. Und es lohnt sich, zu entdecken und uns anzuschauen, wie Jesus in dieser Geschichte mit diesen Phasen umgeht. Also Phase 1, die Petrus durchmacht. Und jetzt Teenies, die ihr Fragen beantworten sollt. Aufgepasst, Phase 1. Zweifel. Die Geschichte spielt sich ja am See Genezareth ab. Das ist der Arbeitsplatz von Simon Petrus. Und er fängt dort jede Nacht mit seinen Kollegen Fische, fährt raus auf den See mit seinem Boot. Und das macht er nachts, weil die Fische am Tag zu weit unten schwimmen. Dort meiden sie die Wasseroberfläche und nachts kommen sie nach oben und dann fischen sie die Fische. Das muss man ein bisschen als Hintergrundwissen haben, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Jesus kommt ja dann auf Simon zu und fordert ihn auf, nochmal fischen zu gehen. Und zwar am Tag. Was Jesus hier zu Simon sagt, das muss ihm ziemlich absurd vorgekommen sein. Dass da jemand ankommt, der selbst offensichtlich kein Fischer ist und ihm sagt, was er zu tun hätte, da wundert es mich fast, dass nicht berichtet wird, dass Simon laut losgelacht hat. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, als werdet ihr in eurem Arbeitsplatz, ihr seid da seit Jahrzehnten, arbeitet da schon immer, habt viele Erfahrungen, seid relativ erfolgreich in eurem Job. Und an einem Tag läuft irgendwas nicht so richtig. Bei Simon ging die Fische nicht ins Netz, bei euch streikt vielleicht der PC oder das Kindergartenkind oder womit immer ihr auf der Arbeit zu tun habt. Und dann kommt da der Azubi an seinem ersten Tag, frisch von der Schule, keine Ahnung von irgendwas und sagt, du, ich hätte eine ganz gute Idee. Das müsst ihr mir doch einfach mal so und so machen. Dann klappt das bestimmt. Ich schätze, dass ihr seinem Rat nicht folgen würdet. Ich schätze, dass er einen Rüffel abkriegen würde oder nur einen Augenbrauen zucken. Aber wahrscheinlich würdet ihr euch nicht darauf einlassen. So ungefähr stelle ich mir diese Situation vor. So ungefähr muss es Simon da gegangen sein. Und dementsprechend meldet er auch erstmal Zweifel an, an dem, was Jesus da sagt. Das darf man nicht vorschnell überlesen. Simon ist nicht direkt Feuer und Flamme, sondern seine Antwort beginnt erstmal mit dem Satz Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Also, wir haben es ja schon versucht und zwar auf die gute alte Art, aber das hat ja nichts gebracht. Was soll der Vorschlag jetzt also? Simon ist hier also skeptisch, weil ihm das, was Jesus hier sagt, absurd vorkommt. Es spricht gegen alles, was er weiß, es spricht gegen seine Erfahrung, Er spricht gegen seine Intuition, gegen seine Vernunft und das äußert er mit diesem Satz gegenüber Jesus auch. Wenn wir heute mit Jesus unterwegs sind, dann gibt es auch Dinge, die uns absurd vorkommen können. Vielleicht kennst du das, dass du eine Bibelstelle liest, die dich einfach nur verstört oder verwirrt. vielleicht kennst du das Gefühl, dass das, was du gerade in deinem Alltag erlebst oder das, was dich beschäftigt, irgendwie nicht so richtig viel mit Gott zu tun hat oder mit dem, was man so in der Gemeinde sagt. Vielleicht hast du gerade einfach Zweifel daran, dass das, was Gott gerade tut, dass das was bringt, dass bei dem, was so passiert, dass er sich dabei irgendwas gedacht hat, dass Gott weiß, was er tut. Und wenn du diese Gedanken oder Gefühle kennst, dann lass dir gesagt sein, sie sind normal. Sie gehören dazu und sie sind ein ganz erwartbarer Teil unseres Glaubenslebens. Und auch Simon kannte diese Gedanken und Gefühle ja. Und er hat sie Jesus gegenüber nicht verschwiegen. Er hat sie ausgesprochen. Und das dürfen wir auch tun. Wenn du nicht weißt, was das gerade soll, dann sagt das Jesus. Wenn du etwas nicht verstehst, wenn dich etwas verstört, wenn dir etwas absurd vorkommt, sag es Jesus. Er ist dafür da, deine Gedanken zu hören und deine Fragen, deine Skepsis, deine Zweifel auszuhalten. Das mit ihm zu teilen, das kann schon erleichtern. Es ist schon ein erster Schritt in die richtige Richtung, weil du dann damit nicht mehr alleine bist. Und bei Simon hat es so viel geholfen, das auszusprechen und das nicht für sich zu behalten, dass er es dann immerhin wagt, sich trotzdem darauf einzulassen. Nachdem er seine Skepsis geäußert hat, folgt ja dann ein Aber. Aber her, weil du es sagst, will ich es tun. Er hat es gewagt, er hat sich trotzdem darauf eingelassen und gesagt, okay Jesus, ich probiere es mal. Und was passiert daraufhin? Ein Wunder. Die Fische, die nachts die ganze Zeit nicht angebissen haben, gehen den Jüngern, gegen den Fischern in Mengen ins Netz, haufenweise, sodass sie andere Fischer dazuholen müssen. Sie machen da den Fang ihres Lebens. Jesus tut dieses Wunder für sie, er beschenkt sie mit dieser Riesenbeute und das, obwohl Simon nicht direkt Juchu, gar kein Problem gerufen hat, obwohl er erst mal gezögert hat, obwohl er erst mal skeptisch war und obwohl er Jesus erst mal hinterfragt hat. Und trotz all dem beschenkt Jesus ihn hier mit diesem Wunder. Und dieses Wunder, das hat auch eine Bedeutung. Wunder im Neuen Testament sind Zeichen, die auf was Größeres verweisen, auf Gott. Und indem Jesus dieses Wunder tut, wollte er nicht einfach nur irgendwas Spektakuläres machen. Das größte Ziel war wahrscheinlich auch nicht, ihn guten Fang zu bescheren, obwohl das ja ein netter Nebeneffekt war, sondern in diesem Wunder, in diesem Zeichen hat Jesus sich Simon offenbart. Er hat sich ihm gezeigt und zwar als Gott. Er hat ihm damit gezeigt, dass er mehr ist als ein Mensch, dass er nicht irgendjemand ist. Er offenbart sich ihm. Und das ist ein Riesengeschenk. Die Ehrlichkeit und dieser Mut, den Simon hier hat, die haben sich für ihn absolut gelohnt. Wenn wir skeptisch sind oder Zweifel haben, dürfen wir das Jesus sagen. Dürfen wir uns ihm ganz zumuten. Und vielleicht ermutigt uns das Wissen, dass Jesus sich nicht von uns abwendet, zu sagen, hey, ich bleib dran. Er mutigt uns vielleicht ein Aber hinter unsere Skepsis und unsere Zweifel zu setzen und es weiter zu wagen. Und genau wie bei Simon wird sich das lohnen. Nach der Phase 1 kommt Phase 2, Sündenerkenntnis. Jesus zeigt Simon mit einem Wunder, dass er Gott ist und Simon reagiert dann auf eine Art und Weise, die uns vielleicht ein bisschen befremdlich vorkommt. Er wirft sich auf den Boden, er bekennt sein Sündersein und er bittet Jesus, weg von ihm zu gehen. Wenn ich mir vorstelle, dass mir heute Jesus begegnen würde und er ein Wunder tun würde, ich weiß nicht, ob das meine erste Reaktion wäre. Und es gibt ja auch andere Stellen in der Bibel, wo Jesus Wunder tut und da reagieren die Menschen nicht so wie Simon. Was passiert hier also? Was macht Simon da eigentlich? Simon erkennt durch das Wunder, dass in Jesus Gott vor ihm steht und in dem Moment merkt er, wie klein und ja auch, wie sündig er im Gegensatz dazu ist. Von solchen Momenten wird uns in der Bibel öfters erzählt. Es gibt zum Beispiel im Alten Testament die Geschichte vom Propheten Mose, der auf dem großen Berg Sinai ist und dem sich Gott in einer Wolke zeigt. Und auch dort wirft sich Moses auf den Boden und bekennt das Sündersein von seinem Volk und auch von ihm, vom Volk Israel. Gott zu begegnen, scheint also manchmal diesen Effekt zu haben, dass der Mensch sich wirklich sieht und wirklich im Sinne von inklusive seiner dunklen Seiten. und auch das passiert Simon hier. Was er, der auf einmal an sich gesehen hat, das wissen wir nicht, was ihm an dunklen Seiten von ihm auf einmal vor Augen gestanden haben. Er fühlt sich nur auf einmal sehr, sehr klein, sehr, sehr unwürdig und nicht gut genug, um in der Nähe von Jesus zu sein. Und darum bittet er ihn, wegzugehen. Ich weiß nicht, ob du dich da reinversetzen kannst. Vielleicht fällst du in deinem Alltag nicht vor Sündenerkenntnis auf die Knie, wobei das dem einen oder anderen vielleicht auch mal schon mal passiert ist. Aber vielleicht kennst du dieses Gefühl, dich klein zu fühlen oder schmerzhaft zu erkennen, wo du gescheitert bist, wo du was falsch gemacht hast. Ich jedenfalls, ich kann mich an solche Momente in meinem Leben erinnern. Einer davon war nach einem Konflikt mit einer Person, die ich sehr, sehr lieb habe und ich habe sie verletzt. Und ich weiß noch, wie ich nach diesem Konflikt mit dieser Person da saß und richtig geknickt war. Ich hatte das Gefühl, eine richtig schlechte Freundin zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass ich alle meine Beziehungen in den Sand setze. Und ich hatte das Gefühl, dass mir meine Schwächen in Beziehungen immer im Weg stehen werden. Dass ich immer stolz bleiben werde. Dass mir mein Egoismus immer im Weg stehen wird. Und dann ging der Gedankenstrudel so weiter und so weiter und am Ende gelang ich dann zu dem Gedanken, du wirst niemals wirklich bedingungslos lieben können. Beziehungen, das kriegst du einfach nicht hin. Und das Schlimme dabei war, dass ich in dem Moment das Gefühl hatte, dass Gott das genauso sieht. Dass Gott da steht, auf mich runter guckt, die Arme verschränkt und sagt, ja, Judith, das hast du richtig verbockt. Ich bin richtig enttäuscht von dir. Das hätte ich echt nicht gedacht. So habe ich mir Gott in dem Moment vorgestellt. Und ich hatte das Gefühl, er ist unendlich weit weg von mir und ich kann gerade nicht zu ihm kommen. vielleicht kennst du so ein Gefühl auch. So ein Moment, in dem du erkennst, wo du gescheitert bist und dann dieses Gefühl, ganz weit weg von Gott zu sein. Und Simon hatte eben so einen Moment, so einen Moment der Sündenerkenntnis, in dem er sich klar gesehen hat mit seinen dunklen Seiten und in dem er sich eben gefühlt hat, als könnte er nicht in der Nähe von Jesus sein. Weil der sich ja gerade als Gott gezeigt hatte. Als Gott, der so groß ist und der so gut ist. Wie konnte Simon ihm dann nahe kommen? Unmöglich. Unmöglich, aber nicht für Jesus. In dem Moment wusste Jesus wahrscheinlich genau, was Simon da im Kopf herumgegangen ist. Und er bleibt nicht auf Distanz, sondern er geht auf Simon zu und er sagt ihm, fürchte dich nicht. Er sagt ihm, dass er keine Angst haben braucht und er sagt ihm, dass er angenommen ist. Jesus war ja wahrscheinlich auch nicht überrascht. Jesus wusste schon, bevor er Simon kennengelernt hat, was das für eine Person ist, womit welchen Schwächen er zu kämpfen hat. Und er ist trotzdem auf ihn zugegangen, hat ihn trotzdem mit diesem Wunder bestenkt und jetzt in dem Moment, in dem Simon sich so klein fühlt, nimmt er ihn bedingungslos an. Jesus nimmt uns an. In dem Moment, wo wir uns klein fühlen, weit weg, als wären wir nicht gut genug. Da kommt er auf uns zu und sagt uns, fürchte dich nicht. Ich bleibe bei dir. Ich nehme dich an. Du kannst dich ganz auf mich verlassen. Und nicht nur das. Jesus sagt auch, ich habe etwas mit dir vor. Denn Simons Geschichte ist ja hier noch nicht zu Ende. Es folgt die Phase 3. Motivierte Nachfolge. Nachdem Simon skeptisch war, nachdem er sich weit weg von Jesus gefühlt hat und nachdem er jetzt Annahme erfahren hat, bekommt er jetzt auch einen Auftrag, bekommt er eine Berufung. Jesus sagt ihm, er soll Menschenfischer sein. Und das heißt, er soll mit Jesus unterwegs sein, er soll von ihm lernen und er soll mit ihm gemeinsam anderen Menschen von Gottes Liebe erzählen. Jesus möchte Simon dabei haben und deswegen macht er ihn zum Jünger. Und Simon lässt sich auch darauf ein. Er beginnt eine ganz neue Lebensphase. Er fängt an, übermütig und motiviert nachzufolgen. Er lässt den Zweifel hinter sich, er lässt die Skepsis hinter sich, er lässt seine Sünden hinter sich, seine Schwächen und von da an war er einfach nur noch bei Jesus und hat das getan, was er von ihm wollte. Ende gut, alles gut. Ja, ganz so einfach war es dann leider nicht. Die Geschichte von Simon ist etwas anders verlaufen. An diesem Tag hat Simon etwas Großes gewagt, ja. Er hat sich auf Jesus eingelassen, er ist mit ihm mitgegangen und er hat ihm auch sein Leben gewidmet. Und das ist ein Riesenschritt, der ihn wahrscheinlich auch echt was gekostet hat. Und er hat daraufhin ja auch echt viel Tolles mit Jesus erlebt. Er hat weitere Wunder gesehen, er hat gesehen, wie er Menschen heilt, wie er Menschen von Gottes Liebe erzählt, wie er predigt. Und obwohl Simon das alles miterlebt und mit eigenen Augen sieht, erfahren wir von ihm, dass er später Jesus verrät. Nach all dem, was die beiden zusammen durchgemacht haben, wird Simon gefragt, an dem Tag, wo Jesus gefangen genommen wird, ob er zu Jesus gehört. Und er sagt dreimal nein. Dreimal tut er so, als würde er Jesus nicht kennen. Simons Leben war von diesem Moment, in dem er sich entschlossen hat, Jesus nachzufolgen, anders als vorher. Ja. Aber er war immer noch Simon Petrus. Der Weg mit Jesus wird ihn verändert haben. Er wird auch Fortschritte gemacht haben. Er wird sich auch weiterentwickelt haben. Er wird Sachen gelernt haben, neu verstanden haben. Aber er war immer noch ein Mensch. und er hatte immer noch Schwächen. Sein Leben hat nicht so ausgesehen, dass er einmal durch die Zweifel durch musste und einmal durch die Sündenerkenntnis und sich einmal für Nachfolger entscheiden müsste und ab da war dann alles ganz gut und einfach. Sondern Simon hat wahrscheinlich an seinem Leben noch viele weitere schwierige Momente gehabt. Momente, in denen er nicht wusste, warum er eigentlich jünger ist. Momente, in denen er nicht verstanden hat, was Jesus da eigentlich macht. Momente, in denen er sich vielleicht gefragt hat, was er hier eigentlich tut. Sein Leben mit Jesus war weiter eine Achterbahnfahrt. Mit Höhen, aber auch mit Tiefen. Und so ist das auch bei uns. Auch wenn wir uns mit ganzem Herzen entschließen, mit Jesus unterwegs zu sein, werden wir immer noch verschiedene Phasen in unserem Glaubensleben erleben. Und ja, auch wir versuchen ja, unser Leben immer mehr nach Gottes Maßstäben zu leben. Und wenn wir Christen sind, dann haben wir auch den Geist in uns, der uns nach und nach verändert. Das passiert und das will ich auch auf gar keinen Fall kleinreden. Veränderung ist möglich. Aber in all dem bleiben wir auch Menschen, werden wir weiter mit unseren Schwächen zu kämpfen haben und weiter auch schwierige Phasen erleben. Phasen des Zweifels, Phasen, in denen wir uns weit weg von Gott fühlen und Phasen, in denen wir nicht was wissen, warum wir das ja eigentlich alles machen. Und ja, auch Phasen, in denen wir übermütig und motiviert nachfolgen. Auch das ist ja dabei. Auch unser Glaubensleben ist eben wie eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen. Genau wie bei Simon. Das bleibt. Aber was auch bleibt, ist Jesus. Der große Unterschied von Simons Leben vorher und nachher ist ja eben, dass er mit Jesus überhaupt unterwegs ist und dass Jesus ihn nicht im Stich lässt. Und das sehen wir auch daran, dass Jesus am Ende von ihrer beiden Geschichte, nachdem Simon ihn schon verraten hat, ihm einen neuen Auftrag gibt. Petrus, Simon Petrus auf ihn will Jesus seine Kirche bauen. Er gibt ihm wieder einen großen Auftrag, nachdem er wieder gescheitert ist und ihn verraten hatte. Und wahrscheinlich wusste Jesus auch, dass auch dieser Auftrag nicht perfekt ausgeführt werden würde. Und er hat ihm Simon trotzdem anvertraut. Er hat ihm trotzdem diesen Auftrag gegeben und er hat ihn trotzdem weiter gebraucht. Weil Jesus ihn in jeder Phase seines Lebens angenommen hat, ihn in jeder Phase seines Lebens lieb hatte, und auch in jeder Phase seines Lebens etwas mit ihm anfangen konnte. Jesus sitzt also quasi bei unserer Achterbahnfahrt im Sitz neben uns. Der fährt mit in allen Höhen und Tiefen, der hält unsere Hand und der lässt sie auch nicht los. Jesus geht mit und nimmt uns an. Jesus geht mit und zeigt sich uns und Jesus geht mit und er beauftragt und beruft uns auch. Und wir müssen nicht erst eine bestimmte Phase erreichen oder eine andere Phase überwinden und hinter uns lassen. Jesus hatte einen Plan für Simon Petrus, den Fischer, auch als er gezweifelt hat, auch als er sich weit weg von ihm gefühlt hat, auch als er ein Hitzkopf war. Jesus hat auch einen Plan für mich, die Theologiestudentin, auch wenn ich zweifle, auch wenn ich eine schlechte Freundin bin. Und Jesus hat auch einen Plan für dich. Egal was du tust, egal in welcher Phase deines Lebens du dich gerade befindest, Jesus geht mit und er wird dich, er wird uns gebrauchen in jeder Phase unseres Lebens. Amen. Er hat mir neue Kraft geschenkt und mich beschützt. Ich habe ihm vertraut und er hat mir geholfen. Amen. Amen. Amen.